Hallo Leute, Willkommen wieder zurück zu Let's Play Saints Row Deferred. Haben wir angegriffen? Ne doch nicht. Die Kirchenglocken läuten gerade, wenn man das jetzt hört im Spiel, aber egal. Ich habe mich mal hier auf den Weg gegeben und wir machen Hubschrauberangriff oder Verteidigung, je nachdem was es heißt. Wie heißt es? Hubschrauberangriff, also okay. Hubschrauberangriff. Hey Bait, you ready to go? You know when you fail like that? It loses some of the appeal. Ich. Und vor... Ja, in der letzten Aufnahme habe ich ja dieses Hubschrauberangriff schon gemacht. Nö, toll. Äh, noch einer. Nein! Scheiße, verdammt. Dass ich den Drecksack nicht erwisch. So, der wär doch auch mal ledig. Mh... Oh oh. Wartet da unten? Uh, okay, jetzt doch nicht mehr. Tja. Tja. Fake Cup. Aufi. Fahr. Fahr auf. Uhhh. Ach nein. Uhhh. Das war knapp. Uhhh. Das war knapp. Ah, geht's nicht. Ups. 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 Ach, die scheiß Ding hier erschienen. Ach Gott, vier vier, vier, und so noch drei. Das ist so streng. All right, do your thing. Anyone else feeling suicidal? Shit, all those guns ain't saving her. Have another place on the list. Some office towers. Der hat schon alle Türen offen. Ja, lass ein, lass in jeder Schlitze, was du hast, oder was? Uhhh... T-t-t-t. Okay, der fährt außen rum. Oh, oh, der kommt außen rum. Nein, der kommt mit Gegenmesser gesagt. Ach du Schatz. Komm schon, Visier, Visier, Visier. Au. Bieg ab, bieg ab. Ja. Der war nicht schlecht. Da war nicht schlecht getroffen, muss ich sagen. Der war eigentlich gar nicht so schlecht. So, ich glaube, ich habe das Feingefühl langsam ein bisschen mehr, dass ich gleich so ziehen kann. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich muss mich erst um den Oberen kümmern. Pah, was ist die Oberen? Um den hier einfach. Scheiße dieowego problemas zu machen. Ach du coup contempla-lag hier wegen der ****! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. aber noch hat so nicht noch ein da war der war auch der war nicht schlecht so mach hin ich zerstelle das auto vor dir mal morisdor und sie krepp die sie sich so komm schon und der kreis zu sie der geschafft Jaja, wir kennen die ganze Scheiße. Ich will die gar nicht mehr vorlesen, weil ich das schon jedes Mal mache. So gut wie das mal. Okay, dann hier Joe Kohler Factory. Factory. Holen, einnehmen und klauen. Kauf nicht vergessen. War der Münzen. Mh, schicken BMW kann man dazu sagen oder so. Ja, ein BMW zugelegt. Sieht aus von hinten. Sieht so aus von hinten. Nein, ich ziehe zwar aus von hinten, aber ist doch egal. Da sind wir auch, Joe Kohler. Ba 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 ba. Ich hasse dich. Mal schauen, ob ich dafür einen Content kriege. Das wäre was gewesen. Boah, 10.000. Aber dafür fehlen wir 1.000 pro Tag dazu. Oder pro Stunde. Ah, ja, so ein nettes Fahrzeug. Raycaster. Oder auch Helbert, ja. Aber den Raycaster wollte ich. Okay, nächste Mission. Mission. Ja, genau. Jetzt will ich gerade sehen. Sehen. Achten. 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 Und beobachten. Hubschrauber. Ja, 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 ja. Hart. Und das war mittel. Mein Gott, wie lang geht die Mission dann? Ja, wir haben hier noch drei Felder frei. Das ziehen wir auf jeden Fall noch durch, das ist klar. Das ziehe ich noch durch. Ich nehme jetzt noch so lange auf, bis ich das geschafft habe. Ja, ja, ja. So wunderbar hier. Ich frage mich gerade, wie weit ist es ins Fern... Ich glaube schon ein Stück. Ja, das ist typisch ich wieder. Typisch ich. Äh, warum? Ah, ich würd's ja gar nicht wissen. So, hart. So, krieg ich jetzt mal kleine Info, weil das ja grad hart ist. Äh, versuche ich mir ein bisschen mehr zu konzentrieren auf jeden Fall. Äh, was war aber glaub ich mal hier total schief geht wieder. Ja, ich versuche mir ein bisschen mehr zu konzentrieren jetzt. Das wir nicht gleich fehlen. Man, I take you in the gas station out. Und ich mein Ohrläppchen kratzen muss. Ja, genau. Can we get on with this shit? I just piss, I just piss, I just get anything. Juck. Ah, ja, klar, es geht ja noch. Ja, man, es geht ja noch. Ja, man, es geht ja noch. Kommt hier gleich ein Helikopter noch angeflogen bei dem ersten Stage. Das geht doch. Ach, der fliegt an. Der fliegt der Fahrt in eine Richtung. Ah, ja, 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 komm schon. Ah, wo fliegt der denn? Ah, wo fliegt der denn? Ah, wo fliegt der denn? Ah, okay. So, ah, ja, 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 verschwind, verschwind. Oh Gott, das ist so knapp. Äh, Hans Wurst wird falsch rum. Hm, da kommt gleich um die Ecke. Ach, wir sind aufgestiegen. Nice. Dass man fürs Leute töten auch noch, äh, Dings bekommt. Respekt. Schon cool. Und das auch nicht grad so wenig. Also, 6 plus 6, ja, aber wenn man hier Multikill durchzieht und alles mögliche, dann hat das schon nicht schon viel. Ja, I'm on a roll. Ja, I'm on a roll. Ja, ich habe zwei mehr Pläne zu stoppen. Ja, toll. Ah, Schama-Lama. Meine Güte, das war wieder sauknapp hier. Und nicht schon wieder diese blöden Schienen. Alter, das kotzt mich so an. Kann man nicht durchschießen? Hm, äh. Was kann ich sagen? Es gibt gar nichts. Ja, 300 Meter Rutsch. Auch nicht schlecht mit dem Auto. Ah, so viel mehr kann man nicht haben. Mh, keep me alive, hear? Ah, erledigt. So gut wie erledigt. Satisfied? Not till the Saints own Steel Port. I hear ya. Gut, ähm. Hubschrauberangriff geschafft. 6000. Respekt, Respekt. Und 10% dazu. Und 95% der Stadt. Mittelrandstatter genommen. Erwähnt. Äh. Äh. Okay. Äh. Äh. Ne, doch nicht. Oder. Doch. Ich glaub, ich weiß, warum da nichts mehr ist. Ich glaub, ich weiß, warum. Ja. Ähm. Ich seh hier grad. Es sind nur zwei Bann-Operationen offen. Was wir noch nicht entdeckt haben. Das heißt, äh. Wir schnappen uns nen Heli und. Was holen den den Arsch. Das heißt, jetzt erstmal wieder zurück zum Hauptquartier der Saints zurück. Nein. 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 Ich will das Auto. Oder Fahrzeug hier. Sag's. Sag's. Ich glaub mir, jetzt dieses Fahrzeug, um das andere Fahrzeug zu klauen. Ich bin weg. So. Sehr nice, oder? Ich würde. Ja. Ich könnte. Ja. Ich würde. Ja. Ja. Nein. und so packen wir jetzt erstmal hier fette rein schon mal wie wir das aufpippen können Nox Village oh wie hart der Burner ach komm ja eigentlich ganz nice das Ding Golf Card naja komm haben wir das schon nice ist das schon Räder Ultra High End extra auf jeden oder ja komm das ist noch viel besser Reifenprofil weiß weiter gibt's doch gute für die Dinge naja nicht ganz ja komm mal gucken wie sich das fährt alles jetzt Lackierung ist die Nüsse auf so ein blau glänzend ja so ein glänzend blau hier streifen metal schwarz scheibentöne Zipchime zipchime egal innerstattung warte ja man auf jeden so leistung ach Gott schlägt ja man das ist ja eigentlich nicht viel schneller ach komm schon ach komm schon ach Gott vergiss es doch der Hammer so gehen wir erst erstmal den Helikopter anschaffen wir sind schon wieder bei 20 Minuten man das kann doch nicht wahr sein was ist denn los hier das geht ja gar nicht äh jetzt fahr ich schon wieder runter vollpfosten ach hab ich ja ja cool ich hab nochmal dort auf Cocktails aber sie brennen im Wasser fast schade ah man ich hab gedacht das Gründe darauf brennen aber es tut nicht brennen schade ähm dann würde ich sagen das war's jetzt wieder mit äh Saints Row Jiffer wir sehen uns im nächsten Part oder irgendwo anders da auf einem sozialen Netzwerk ciao Leute bis zum nächsten mal